Und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mark zusammen mit Langlebe King Jonge Döner, Langlebe Mark Sehr schöner, verdammte Scheiße, ich sei immer Döner, das hat sich eingebracht Ja Leute, was geht, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mark Mit dabei sind wieder zwei neue, die ich leider nicht auf dem Server haben wollte, die sich trotzdem irgendwie eingeschlichen haben Das ist in diesem Fall der liebe Kragenkraft Hallo 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 Alter, Pixel Wolf ist schon wieder gestorben, was geht bei ihm, Alter, es ist komplette, komplette, äh, Downbreak, Fall, Thing Ähm, und, ja, dass wir da keine Differenz haben Oh, nein, 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 ich bin, nein Oh mein Gott, nein, 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 nein Nein, nein, ich werde wieder sterben, Mann, ich werde wieder sterben Wie ist denn das so gerade bei dir der Status? Hast du Spaß oder eher nicht? Nein In diesem Projekt verwirklichen können oder nicht? Ja, auf jeden Fall Hast du gerade schon wieder? Ja, hatte ich auf jeden Fall gerade wieder Unterstütze ich Oh, nein, 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 nein Oh, fuck Fuck Scheiße Hast du was verloren? Nein, aber ich muss jetzt einen Mark bauen Oh, fuck Oh, oh Ja, tschüss, war schön, dass du uns hier... Aua, ich werde gleich sterben Ja, dann setze ich meine Folge gleich einfach bei euch wieder mit ein Hilfe Oh, ihr habt in die Kommentare geschrieben, dass das alles so weit, äh, nicht geht Kannst du mich hören? Ich will doch... Komm ich irgendwie rüber? Kann ich da rüber fliegen? Muss Raum und Zeit überwinden Ja, geschafft Sehr merkwürdig Kann ich das abbauen? Das sieht so schön aus Das bewegt sich auch Das macht so... Oh, hui, hui, hui Oh, wei, oh, was war das denn? Boah, hat mich das erschreckt Hui, 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 hui Wenn ich mir aus Versehen gecraftet bekommst du dann Immerhin mal Und... Oh, ich hab den Diamanten vergessen Ah, ich flieg wieder zurück Äh, ein, ja Mehr brauche ich nicht Mal klärchen Ja, ja, dafür brauche ich den Achso, braucht man das nicht für den Twilight Forest? Äh, doch, du brauchst zwei Diamanten AAAAAAAA Alter, wie heise ich nach Computer kaputt gemacht Gehackt, oder? Bist du gerade gestorben? Ja, war gerade irgendwie ein bisschen kurz dumm Ähm, weiß jetzt auch nicht, was da gerade los war Irgendwie habe ich jetzt noch 50 Level verloren Ich weiß es nicht Ja, okay, das stimmt Oh Gott NEIN Okay, oh, das war so knapp Oh, das war so knapp Okay, zwei noch Wenn das alles so stimmt, wie ich mir das vorstelle Alles klar, Leute Der große Moment ist gekommen King of the Gepäck und Kist Die sind da drinnen Und hier kommt der Diamant Für die Twilight Forest Dimension Nein Hä? Die Kiste ist aufgesammelt Aber es muss weit liegen Ich bin mir aber nicht sicher Äh Woher hattest du einen Diamanten? Ich habe den gerade rausgeholt Achso Glaub ich Jetzt die kommen noch ein Stück Ne, komm Und? 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 Achso, du willst die dann so direkt reinschubsen sozusagen Ne, ne, nicht reinschubsen Ne, ne, die brauche einfach nur da genug sein So, rein da! Oh Mensch, das hat ja super funktioniert Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht Leute, ich glaube, das ist ein schlechtes Omen Und ich hier bin auch ziemlich doof Und ein Oh Das hat funktioniert Hey Kids, ich bin Carlo Heb dir einen Arm hoch und gib mir ein Hallo Hallo Dö, 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 dö Dö, 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 dö Und dann sehen wir uns morgen wieder Haut rein Leute Tschüss Dö, 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 dö Dö, dö, dö